Hohoho, vorbei mit dem Weihnachtsmann. Der hat sich verabschiedet. Der kommt nach einem Jahr wieder. So, der Raptor, der brüllt wieder, jawohl. Fühlt Savasch am Ohr und schon ist die Welt in Ordnung. Savasch, du musst dir eine Lyrik ändern. Nicht die Rapper lassen uns im Stich, sondern die Politiker lassen uns im Stich. Schwieriges Thema, ja. So, kurze Aufklärung aus meinen Sonderfahrzeugen, Raptor. Ja, wir haben hier eine Gebetskette, die ich von meinen Arabs geschenkt bekommen habe. Die haben gesagt, wenn die immer bei mir ist, dann werde ich bis da unter den Tast war. Mir kann nichts passieren. Das war Familie. Und nicht vergessen, mein Herz hier, schwarz-rot-gold. So ist das. So, ich bin ja so nicht konvertiert. Allah-Jahmina, inshallah-salam. So, dann haben wir hier die Ohrenschützer. Ja, die bräuchten natürlich, weil ich da hinten verbaut habe, eine HKG 36. Wenn die so im Einsatz kommt und ich aussteigen muss und damit rumballern muss, dann ist das sehr laut und da bräuchten natürlich meine Ohrenschützer. So ist das, ja. So ist das immer dabei. So, was haben wir noch? Ah, falls ihr schlechte Laune habt, immer dran denken. Irgendwas schaut. Für die Gesundheit gut und für die Laune. Dann habt ihr super Laune. Peace and respect for all cultures.